Hallo, mein Name ist Andreas Klotz von OGET AG und ich spreche nun über die flächenmäßig bedeutendste Kultur in Österreich, also das Getreide, und zwar über den Teil der Herbizide. Schauen wir uns zuerst die Übersicht an, also was kann man alles machen im Getreide, Herbizide, Fungizide, aber Insektenzide einkürzen und dann speziell die Blattdünger und die Pflanzenpflege. Und darum möchten wir euch industrieunabhängig als OGET durchführen. Genau, das sind die verschiedenen Einsatztermine im Weizen-Tritikale-Rogen, also Herbst-Unkrautbehandlung ist möglich bei optimalen Bedingungen und frühem Anbau, aber in der Regel wird die Unkrautbehandlung im Frühjahr gemacht. Das kann schon mit einer Verkürzung kombiniert werden und das wird normalerweise im 29er-Stadion, so um den Regen macht und danach kann man eine Fungizidmaßnahme machen, gemeinsam mit einer Verkürzung und einer Insektenzidmaßnahme im 32er-Stadion. Später dann ist es üblich im Ehrenschutz mit Fungizid, aber auch Insektenzid, sofern es notwendig ist. Da kann man eine Unkrautmaßnahme, eine Korrektur dazu machen oder eine Notkürzung, aber bitte nicht beides. Und dann vor allem in die Fusariengebiete zur Blüte nochmal eine Fungizidmaßnahme mit eventuell Insektenzid. In der Gerste wird hauptsächlich die Unkrautbekämpfung im Herbst gemacht. Das war diesen Herbst leider nicht möglich vielerorts, da müssen wir auch von Frühjahr ausweichen. Bitte schaut, dass du sehr früh dran seid, da die Kräuter und vor allem auch die Unkrautmaßnahmen in einem sehr kleinen Stadion besser erfasst werden können. Dann später eine frühe mögliche Fungizidbehandlung mit eventuell einem Insektenzid und eventuell einer Verkürzungsmaßnahme, die schon gemacht werden sollte. Und dann später zum Ehrenschieben die Hauptfungizidmaßnahme im Feuchtgebiet im Hinblick auf die Ramularia hauptsächlich. Und eventuell noch eine späte Verkürzung mit einem Zirone eventuell oder einem Insektenzid ist da auch möglich. Ja, kommen wir zu den Herbiziden. Gängisches Herbizid mit Gräserbekämpfung ist das Broadway. Beim Broadway ist bequem ein Netzmittel dabei im Pack. Das gibt es dazu. 125 Gramm Aufwandmenge vom Broadway und den 0,6 vom Netzmittel. Das ist ein sehr temperaturunabhängiges Mittel, das ALS-Hämmer ist, ist in allen Wintergetreidearten außer der Gerste zugelassen und erfasst alle Unkräuter und auch in kleinen Windhalmen. Habt ihr auch Ackerfuchsschwanz oder Flughofer im Acker, dann könnt ihr bequem auf 175 Gramm Broadway erhöhen, sodass diese Schadfässer auch erfasst werden. Es gibt nochmal die Möglichkeit, bei der Drespe auf 220 Gramm zu erhöhen. Oft ist es so, dass diese Schadfässer vom äußeren Rand reinkommen in den Acker. Da geben wir euch den Praxistipp. Außenrum doppelt vor, mit den 250 Gramm dann insgesamt, also zweimal 125 Gramm ist zugelassen und ist die beste Möglichkeit, die neuen Schadfässer, die etwas zufliegen, zu bekämpfen. Alternative Gräserbekämpfungsmethoden im Getreide mit Unkräutern dabei ist unter anderem Konzert. Konzert wirkt auch noch bei einem sehr kleinen Windhalm. Mit 100 Gramm ist in allen Winter- und Sommergetreidearten zugelassen, sogar im Winterhafer. Beim Konzert kann man auch bei Bedarf noch ein Liter Lentipur für ein bisschen bessere Windhalm-Wirkungen dazu geben. Auch Konzert ist sehr unabhängig von den Temperaturen und sehr preisgünstig. HUSA Plus, beim HUSA Plus ist es so, dass es auch eine Komplettlösung ist, dem Winter- und Sommergetreide zugelassen ist, aufpassen, bitte nicht in der Wintergerste einsetzen, dort keine Zulassung. Auch hier muss man sehr früh sein, dass die Unkräuter vor allem sehr klein sind und aufpassen, ein Nachbau von der Zuckerrübe ist nicht möglich. HUSA-OD ist vielerorts die Lösung in der Wintergerste. Es ist ein etwas schwächeres HUSA, aber mit der Zulassung in der Wintergerste kann man im Frühjahr sehr frühzeitig die Unkräuter und auch die Gräser bekämpfen. Ohne Gräserwirkung, da ist der Standard Star-Tribbeneron plus der Getreide, also der Getreidepack 1. Der ist heuer so zusammengestellt worden, dass er für 5,5 Hektar ist. Aufwandmenge ist 18 Gramm vom Tribeneron und 0,9 Liter vom Stargetreide XL. Das ist eine sehr preiswerte Lösung mit 22 Euro auf dem Hektar. Hat zwei verschiedene Wirkstoffgruppen, also die ALS-Hemme und die Wuchstoffe. Achtung, die Wuchstoffe brauchen ein wüchsiges Wetter, damit sie wirken, aber ansonsten ist das ein optimaler Pack. Die beiden Mittel ergänzen sich ideal, sodass eine breite Wirkung erreicht werden kann, auch gegen Problemunkräuter wie Kamele, Kreuzblüter oder auch Diesel, insofern zu dem Zeitpunkt schon aufgelaufen. Mit dem Pack haben wir schon angesprochen, der Pack ist für 5,5 Hektar und kostet 118,80. Getreidepack 2, also der Start-Tribbeneron wieder mit Pixaro. Pixaro ist ein relativ junges, neues Mittel, das auch einen Wuchstoff beinhaltet, der temperaturunabhängiger ist, also eine neue Generation von Wuchstoffen. Da ist die optimale Kombination, die 16,7 Gramm Tribbeneron und die 0,25 von Pixaro. Das ist dann eine Lösung für 20 Euro auf dem Hektar. Es hat eine hervorragende Verträglichkeit, sehr breit wirksam, auch gegen ganz schwierig bekämpft worden Unkräuter. Unkräuter, Waldviertel zum Beispiel, den Stochnobel und die Kornblube nimmt es mit, aber auch Diesel, Kamille und auch übliche Unkräuter wie Taubnessel, Vogelmier, Glättenlaubkraut und viele mehr werden da sehr gut bekämpft. Das ist zusammengestellt im Getreidepack 2, der für 12 Hektar ist. Ariane C, also das Magellan mit einem Liter Aufwandmenge, das ist ein sehr gutes Mittel mit sehr breiter Wirkung und flexiblen Anwendungszeitpunkten. Das kann man auch später fahren und wenn dann die Diesel schon aufgelaufen ist, da ist der stärkste Wirkstoff auf der Diesel noch drinnen, zusätzlich das Klopiram, das da eine super Wirkung auf die Diesel hat. Die Sulfonyl-Hahnstofffreie Mischung, das ist da MCPA mit einem Liter plus Pixaron mit 0,25, das sind nur Wuchstoffe, das in der Fruchtfolge sich sehr gut für die Resistenzen auf die Unkräuter, sehr gut für diesen Zweck geeignet ist. Die Wuchstoffe brauchen nur ein wärmeres, wuchsigeres Beta, damit sie wirken. Lücken gibt es bei der Mischung eigentlich keine. Vielleicht die Kamille, wenn sie zu groß ist, dass die nicht vollständig abfasst wird, aber sonst ist das eine sehr gute Mischung in der Fruchtfolge, weil Wuchstoffe keine oder sehr geringe Resistenzgefahr haben. Ja, dann weitere Herbizide ohne Gräserwirkung ist das Secato-OD. Secato-OD ist die preiswerteste Lösung mit 15 Euro. Also ein ALS-Hammer, bitte früh anwenden, ist auch temperaturunabhängig. Secato-OD ist so formuliert, dass man kein Netzmittel mehr dazu braucht. Arad hingegen braucht man ein gutes Netzmittel dazu, 0,2 Kilo Arad und 0,1%ig Trend 90 zum Beispiel, das speziell für die Art von Wirkstoffe konzipiert ist. Arad hat eine starke Wirkung gegen die Diesel und der Aukerwinde über den Dicamba-Wirkstoff ist sehr preiswert mit 16 Euro auf dem Hektar, hat zwei verschiedene Wirkstoffgruppen, die Sölf- und Nühl-Hartstoffe und die Wuchstoffe. Biathlon 4D plus das, da ist ein paar Netzmittel dabei, also 50 Gramm plus 1 Liter empfehlen wir euch bis zum 29er Stadium und ich würde es auch, wenn die Bedingungen gegeben sind, in der frühen Phase machen. Also es hat keinerlei Temperaturabhängigkeit, da kann man schon früh fahren und das nimmt auch alles mit. Ist man später dran, dann ab dem 30er Stadium, da würde er auf 70 Gramm Biathlon erhöhen. Ja, die Mischungspartner gegen Gräser, sein ist Lentibur, das hat eine eigene Wirkstoffklasse und wirkt gegen kleinen Windhalm und die einjährige Rischpe. Es braucht eine Bodenfeuchte, das über den Boden wirkt und die Ungräser sollten sehr klein sein. Ja, mit 12 Euro auf dem Hektar ist es sehr günstig. Axial 50, ein größerer Experte, der von der Bodenfeuchte unabhängig ist, da übers Blatt wirkt. Es ist eine teure Variante mit 35 Euro auf dem Hektar mit den 0,9 Liter Aufwandmenge. Ist allerdings ein sehr starker Mischungspartner. Ja, die Korrekturen. Die Korrekturen werden hauptsächlich gemacht, Star MCPA, also Stickupo M mit 1,5 Liter, sehr günstig mit 9 Euro auf die Distel und das Domigan 200 mit 0,7 auf die Skelettenlaubkraut. Da kann man natürlich auch gerne beides zusammenmischen. Da kann man so eine Mischung machen, etwa 1 Liter Dikupo M und 0,5 Domigan 200. Beide Mittel sind Wuchstoffe, da sollte ein wüchsiges Wetter vorhanden sein. Ja, somit wäre am Ende meines Herbizidvortrages. Bitte schaut euch auch einen zweiten Teil an über Fungizide, Insektizide und Wachstumsregler. Und ich wünsche euch eine gute Saison 2021. 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 Und ich wünsche euch eine gute Saison 2022. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020